Könnte bei der Map passieren. Wir haben sie damals rausgelassen. Wieso das? Da guckt doch keiner drauf. Doch, Nintendo ist da ziemlich hinterher. Guckt da einer drauf? Ja, ja. Die kriegen wir denn die Musikleiser. Ich hab die auf ganz low und... Äh, gar nicht. Ich mein, im schlimmsten Fall kannst du es nicht. Das Video wird nicht gesperrt werden. Du kannst es nur nicht monetarisieren. Gibt es hier Waffen, btw. Achso, ja dann ist egal. Okay, dann geht's los. Ja, tatsache. Kann man nicht... Hat schon irgendeiner eine Waffe gesucht gefunden? Äh, du musst hier die ganzen Vasen und alles kaputt schrauben. Die Blumen zerstören und so. Bravo, wie heißen die auf Twitter? Auf. Twitter. Team Skalila. Ach, Team. Okay. Ja, da musst du hier auch eine ganze Menge suchen, was ich dich gefunden hab. Ja, ja. Ich hab für dich da was gebraucht. Schieß hier die Vasen kaputt, ne? Ein bisschen rum drauf zu hauen, Leute. Ne, ne, ne. Man kann hier alles kaputt schießen für gute Waffen. Mal gucken, an wessen Arsch die jetzt klebt. Mal gucken. Sorry. Ich hab's mega gefallen. Ich hab's mega gefallen. Ja, die waren in der Nähe von mir. Oh, ich bin runtergefallen, hab ich hier auch. Aber die Musik ist nice. Schiffe? Ja, ich versuch mir hier eine Waffe zu schießen. Oh, wer war das wieder? Das ist immer noch die falsche Waffe. Alter. Ich will doch nur die da. Ich will doch nur spielen. Bei dieser Musik könnte ich... Kann ich gar nicht böse sein, Alter. Leute, kommt dann Kuscheln. Man muss nur die Vasen kaputt schießen, oder was? Ja, da ist man vor. Kannst du mit der Crowbar einfach kaputt haben. Ah, okay. Was denn für Vasen? Hallo. Hallo, Spacko. Hätte ich machen können. Ich weiß, deswegen bist du proven. Ne, proven bin ich nicht. Bist du hurt? Warum? Ich hab doch grad gesagt, dass ich von diesem blauen Dach da runtergefallen bin, leider. Wow. Ja, ich hab auch... Willst du ein Hello Kitty Pflaster haben? Ja, wie der Kaufhauskopf. Weil die von Aufnahme zu Aufnahme drauf ist. Wie der Kaufhauskopf, sag ich, der mit dem Hello Kitty Pflaster. Guck mal da hinten. Wow! Die denkt, die wir sehen sie nicht. Weil sie snipet auch so komisch, ne? Ja, ich kriegst du das an. Mach sie mal weg, mach sie mal weg. Ja, Farbo, genau, ist klar. Ich hab nicht getroffen. Ja, sie sind nur nach vorne gerade. Sollte sie langsam einsetzen können. Doch, ich bin da. Ich bin da. Ich hab gerade überlegt, ob ich was beobachtet habe, was eventuell hätte sein können. Was? Farbo! Farbo! Definitiv! Ja, Farbo ist immer noch. Okay, ich bin's. Okay, er ist healthy. Warte mal. Ja, Farbo macht das ganz, ganz locker hier. Ganz easy. Mal hier, Alter, die Grafik. Magst du bitte nicht hinter mir stehen? Warte, er kommt doch. Alter, hör auf zu schießen! Davon eigentlich während der Runter-Strauber-Schau? Du bist ein sehr guter Schütze eigentlich. Ja, ich werde eine Pumpe getötet. Ich bin ja die ganze Zeit. Zick, 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 zick. Aber trotzdem schlecht, du. Ohne Scheiß. Oh, der war böse. Ja, lach ich nicht. Okay, jetzt glaub ich dir. Ich hol mir. Okay. Ich geb dir Deckung. Du holst erstmal gar keinen, Kollege. Ja, wupsi, auch noch. Okay, dann seid ihr beide. Hä? Ja, okay. Wo ist denn Farbo jetzt? Ich schau erstmal. Du weißt doch, du schaust genau in seine Richtung. Ich geh zu meinem Traitor freuen. Ja, genau. Okay. Come on, come on me, baby. Ja, wupsi, schießt ja auch auf dich. Ja, ne, ne. Es war mir ja nicht. Komm her, ich bin da, wo du runtergesprungen wirst. Da bin ich safe von Wupsi. Ohja. Oh. Hoppala. Das warversehen, Fabo. Wir sind noch Traitorkollegen. Äh. Da-da-dat. Ahhh, guck mal. Hmm. Hmmm. Das war seine letztendrin. und dann schießt man auf den wuchs oder so eine rifle vielleicht haben ich sag mal die zeit läuft ja gegen dich fallschaden das ist nicht sehr schön weil jetzt ist gleich schicht das meister selber die melone genau ins gesicht geschossen ist so explodiert ich habe extra damit ich für dich trugen wirke auf der schoss das war ein alter das wird zu krass war das alter damit hätte ich ja nie gerechnet sondern als du hast mich auch nur so live angesprochen der böse da denke ich mir so alles klar das ist der staatsschutz und dann kommt die melode ins gesicht wenn du springen bevor was war denn das ist das ekelhaft da ist regen und man sieht jetzt gar nichts mehr ist das dauerhaft oder nein ich glaube das ging wieder weg was das glaube das ist so was wie dieses was darauf kommt da oder dass wir so ein scheiß schild hat zeige damals ja geiler scheiß leute richtig gut wenn ich wirklich dass sie kommen ich auch nicht eine pumpe schießt hier das war ich habe gehört das war das jetzt überhaupt bei mir leute die die häuser haben keine dächer mehr was etwas jetzt ist einfach nur eine sicht einschränkung oder jemand tot aber kann ist in die hausse habe ist tot durch eine schrotflinte ist so denn wo es ist ja ja ich sehe ich sehe jetzt hundertprozentig nicht weil er immer wenn ja das mal vielleicht so spricht dann war das immer so wurde im buddha ich sehe so beide nicht ja beide konfirmt ja beide in uns von links bitte ich habe auch hier das mega falsch haben du hast auf mich gedacht runter mich geschossen und die mucke alter ich lebe noch ja ja aber ich wollte gerade zwei seiten geschossen nur gibt es nur 1 ich habe dich beobachtet und dachte du wärst das ich wollte nur noch mal meine pumpe holen so freunde jetzt klar scheiße habe lebt nicht mehr den hast du doch konzern ich habe überhaupt kein konzern du hast den getötet so sieht es aus ich habe ihn auch nicht getötet das war fall baller alter ich habe gedacht das war spacko aber gut das war jetzt zufall okay ich werde gesnipet von ok spacko dann machen wir es aus ich habe es auch eine snipe also Katja lebt doch noch oder Katja lebt nicht mehr habe ich den echt noch getroffen alter dann bin ich zufrieden dann ist der trainer zufrieden wenn ich wenigstens wüsste wo du bist kannst du mir mal dein ich bin auf diesem balkon wo Seth Grün war ja von da aus habe ich auch die schüsse gesehen aber du bist schon längst wieder woanders ne 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 ich bin da darf ich das fragen haben wir den teleporter in den traiter dingen dabei oh das war eine header eigentlich mach ihn war ein header eigentlich ja eigentlich schon dachte ich oh so nah schon no weißt du was hier weiß die granate ist ne he war ne lüge traiter halt schade hätte ich doch ein bisschen gehen soll und ich habe mich nicht die farbe nicht getötet das war wo ich bin hinter ihm her gelaufen habe ich bin hinter ihm her gelaufen habe gewartet bitte weiter 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 und ich werde weiter anfangen sofort zu schießen die musikern schon wieder zu merken ja die ist auch ein bisschen laut wird immer ein stück lauter ne irgendwie schon danke aber ich hatte fünf hp am ende meister ist mir noch zweimal gehittet ja deswegen ja ich finde es ist jetzt aber nicht perfekt ist finde ich aber gut aber die die rifle die rifle ist ja auch ganz anders als in counterstrike weil die das liegt daran dass die munition langsamer unterwegs ist ja zusammenhalten die runde ich würde sagen ich würde die ganze zeit gerne die mucke ausmachen auf meinen davor aber es geht halt einfach nicht ich bin ich bin die leichte hier von firmen okay mach mal ich packe schießt übrigens von weiter oben ja ich habe ich einmal geschossen aber ich habe da jemanden weglaufen sehen aber leider den namen nicht gesehen mir sicher sind meistens frage die einzigen die in der nähe das kann nein die überhaupt nicht in der nähe also dann ist es wahrscheinlich doch weil wala blieb so noch ich lebe noch ja ich habe ihn ich bin confirm was mit was wurde getötet ja ich habe ihn getötet ich habe ihn getötet mit was was soll weil er nur für die frau auf all baller diese beiden prüven meistens beide prüven erst will ich warum bist du prüven weil ich hier habe okay es ist gut ist es nein warum bist du prüven spacko er weiß das war mein regenbogen ich war halt schon tot und ich darf es trotzdem noch nicht zu töten in deiner sicht hätte mir wahrscheinlich dann auch nicht vertraut so ja ich dachte halt ich warte jetzt einfach mal und nehme das was überbleibt das mache ich dann weg ganz easy und entspannt aber der wuchs weiter der wuchs wieder so richtig unschuldig war ja von dem habe ich so gar nichts gehört jetzt die zeit über ja der war aber auch echt mies wo der war schuldig also war es gut ich habe es nicht gesehen irgendeiner schließt die tausend kaputt ich nehme die munition hinter die mace vorsicht was ich dachte ich war aber er ist nur waffen ich sehe es aber da gibt es auch noch eine erweiterte fassung von der karte ich kenne die musik rief krass wo denn ich weiß es nicht ich ja ich weiß schon wo aber ich will es nicht sagen ach nee doch nicht und warum willst du es nicht sagen nee weil das nur schonsteine sind das ist keiner alles gut also wer mich findet ist ich habe dich gesehen wie du ins wasser rein bist das kann ich dir sagen ich stand neben dir nein ich würde niemals das war jetzt einfach sie gibt an so ich stehe direkt neben mir springt da rein man ist es wirklich das war nice leck mich wieso hast du wenig leben habe ich habe 100 prozent bei mir steht nur dass du bei mir bist du ein bisschen geld ich komme hoch zu dir ok ja komm hoch aber bitte töte mich doch nicht du bist runter gefallen von alleine ich war es nicht ich brauche dann eben wo abend das sehen wir nicht nur noch 15 ok aber hinter dir ist anders deswegen ich habe ich das nicht machen auch wenn das fall baller und katja sind ja wir sind auf jeden fall warum weil die die ganze zeit zusammen waren gerade ich habe fall baller nicht gesehen erst als er mit mir vorbei ist sparko hat auf mich geschonten glaub mir einmal jetzt bin hier oben ohne sniper steht da ok ja ich sag mal nicht gegen schmack schießt auf mich ja ich dachte du willst mich holen durch durch fabo seine ansage man dann bleibe ich jetzt hier oben wenn einer hoch der machte ich ja gut getötet weil er hochkommt ja ja der wollte nicht garantiert machen ja es ist auch sparko es sind sparko hat auf mich geschossen nach eben sag ich ja die ganze zeit und dann ist es meist auch noch die warum bin ich weil du in die ganze schutz was war das denn no walter spacko du sag alter hat denn ich bin mir so sicher dass der meist ich habe es gesehen er hat den friendship beam ausgelöst ich bin genau ich bin inno quatsch ich habe nur die befürchtung dass hier welchen handy kriege ich weiß nicht ich war weit weg davon weil da wollte ich lieber weg fall baller du lebst du noch fall baller habe ich vorhin dahinten noch umlaufen sehen drei du bist es aber nicht ich bin es definitiv nicht nein sparko wollte mich killen mit dem friendship beam aber du bist das denn wenn oder fall baller ist ja ich habe fall baller gerade noch laufen sehen okay was war jetzt ich wurde beschossen okay weil ich weiß noch nicht also von unten irgendwo aber ich sehe den schützen noch nicht okay also ich bin ganz oben gewesen voll baller ja ja keine ahnung willi ja meist dann kommen wir her was die letzte unidentifizierte leiche bleiben nur noch wir dann machen wir so hast der fall baller gefunden ja schade okay weil ich habe die pompe schon durchgeladen jetzt ist es los schätzelein auf geht's wo bist du das weißt du doch ich habe ihn erst jetzt gekauft ach da kann man machen okay kommt ist das unfair ach da kommen fantastisch ja schade mein crossbar hatte ich vorhin nicht erwischt fand ich echt nicht so geil die andere munition ist doch zehnmal langsamer geflogen warum ist denn die jetzt in die ich sage ich glaube es ist der maze ich mache den jetzt und dann rede ich nicht mehr habe ich nicht das kommt ja so ist es muss ich dir ganz ehrlich ich habe schon versucht mit dem crossbow und der erste ewig langsam und da dachte mir auf die distanz hat ich ja gar keine chance und jetzt gerade ich schieße und auf halbem wege wird mir schon angezeigt dass ich gewonnen habe was krasse scheiße ja es muss ja nicht mal hätte sein da steht der körpertreffer ist ja schon da und dann aber das ist ja in der bewegung in der bewegung es wird mal zeit dass ich wieder trader werden aber das war schon lucky ja okay es ist ein ding durchziehen soll es ist ach mann ich kann nicht sagen fahrer hat echt warten gesucht ich glaube nicht dass er wenn er so lange gesucht hätte versteckt sich hinten in der ecke ich hätte ich glaube ich spring hier von baumstamm zu baumstamm ja das sehe ich das sehe man weiß kann wenn ich finde das trader ja kannst du mal sehen jetzt drauf okay ich weiß wo du bist du bist bestimmt da auch in dem wasser das war katja was denn set down hat ja was hat ja was ist ich bin es nicht habe und katja ich bin jetzt über der kakariko blöd ich könnte drücken aber geht nicht außerdem hat schon wieder friendship aus dem markt farbe momentan friendship ist totes ja wo kommt der reihe und farbe sagst du weil die sind gerade beim hinter dir ich bin beide da vorne weil ich hab gerade fall weil ich alles gerade machen wir links und da ist noch der wupsi auch mit einer pumpe okay die machen wir jetzt hinten am baum ich war fast drin wir gar nichts ich das überlebt habe beide beide waren hinten irgendwo aber mehr weiß ich drei zwei eins ich muss nicht von welcher seite sie ist tot da ist farbo und farbo lass mir was über die punkte muss raschen ich habe viele punkte aber warum warum jagen denn hier ist der einfach nicht schießt man muss sie nachladen erst mit er Letzte fucking Runde, Mace. In dem Moment, wo ich den Mellor launchen... Ich hätte einfach beide gekillt damit, ne? Wie ich noch sage, Fabo beschützte mich. Ich fand das geil. Ich fand das cool. Warum hast du den Fall Baller geschrieben, Seth? Bitte? Weil Fall Baller und Fabo zusammen waren und Fall Baller überhaupt nichts dagegen gesagt hat. Das ist also offen. Man geht dann zur Katja in die Ecke, die Katja erschießt ihn. Ich gehe hin und schieße auf Katja und ich bin der Fabo hinter mir und so... Oh Mann. Geile Runde. Doch, ich habe auch Gefühle. Das wussten wir bis dato nicht. Also sorry, dass wir so sind, ne? Nee, nur du eigentlich. Ach, come on. Heu leise. Wer soll leise heuen? Oh, Schüsse. Achso. Die Jutsch kann man aber nicht so ernst nehmen. Ja. Ich habe sie auch schon weggeschmissen. Ich schieße da auch noch. Sarah, hast du die Jutsch? Nein, ich habe eine Pumpe. Ich habe sie noch, aber ich schmeiße sie gleich weg. Achso, ich dachte, die Schüsse kamen von dahin. Okay, hast du mit der Pumpe? Okay, hast du mit der Pumpe? Auf mich. Ja, ich war doch. Was habe ich? Ja, irgendjemand hat mit der Pumpe noch geschossen. Ja, ich mache hier. Ich mache gleich das kaputt. Ich schieße da drauf. Ich habe gerade die ganze Nummer geschossen. Ich wollte schon mal sagen, da hinten liegt eine Leiche. Wo ist da hinten? Oh, das ist der Farbe, oder? Der hat nicht mehr gesprochen. Autsch. Da hinten ist halt eine doofe Aussage. Ich bin runtergefunden. Ziemlich mittig bei den Häusern mit den blauen Dächern. Aber ich habe mich gerade so schön versteckt. Oh! Fall Baller sitzt... Alter. Ja, die Katja ähmt auch. Ja, mit der Schrute. Fall Baller sitzt oben auf dem Hochstand da. Ich bin safe, ich war es nicht. Warum bist du safe? Weil auf mich geschossen wird. Am Spacko. Das stimmt immer. Du schießt einfach auf mich, das war nicht mehr. Friendship. Pass auf, dem hast du fast die Dinger auf mich geschossen. Genau. Okay. Wenn ich dich kriege, du Miststink. Schon wieder! Sie schießt auf mich. Ich bin es. Ja, schieß doch auf mich. Okay, Spacko ist safe. Nee. Komm her hier. Ich bin überhaupt nicht safe. Komm her, Schatzi. Komm her. Wo ist er denn? Ich treffe falsche Knüppe. Ich treffe falsche Knüppe. Ich bin in der Bühne. Scheiße. Oh Mann. Hab ihn. Das wäre meine Chance. Okay, sehr nice. Okay, Fall Baller war safe. Also es ist Mace. Ich bin es nicht. Natürlich. Ist ja kein anderer. Oh, wehe, Fall Baller. Wehe. Du hast ja Spacko gerade gekillt, oder? Ja, ja. Aber er hat auch bei dir ein Friendship Beat versucht. Also es ist Mace. Ja, die beiden sind safe. Ja. Wer lebt denn dann noch? Mace. Nur noch Mace. Okay. Ach, das stimmt doch gar nicht. Okay. Na komm, Mace. Mace, baby. Bring it on. Spacko, ich meine, ich bin ja froh, ja, dass du, dass du jetzt nicht alle weggemacht hast irgendwo. Aber ein bisschen mehr hättest vielleicht, lassen wir das Hexen. Wir beide machen jetzt Order Anti 66. Okay, finde ich gut. Oder 99 hieß das, was ist er denn? Wo versteckt er sich? Da hinten, wo ich hingucke. Jetzt wollte ich mir da. Da hinten gerade gesehen. Das ist, wow, 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 wow. Die ist ja ganz schön nah für meinen Crossbow. Oh, mein Lieber Schalli. Beim letzten Baum irgendwo dahinter ist er. Ja, Crossbow einmal getroffen. Und da habe ich auch noch, komm. Oh Mann. Ja. Ich hasse diesen Typ, Mace. Weißt du, ich habe voll die Panik geschoben, weil ich dachte, du bist tot, Mace. Und du hilfst mich nicht mal, Alter. Ja, ich wusste ja nicht, wo du bist. Schau doch auf Skor mal, das siehst du doch. Ich hasse dieses Game. Ich dachte, du bist tot. Ich habe so einmal um die Map geguckt, habe das T gesucht. Oh, schön. Fistcam läuft nicht, Leute. Und dann bin ich irgendwie im Menü und drücke noch ein Menü auf und weiß genau, Katja, komm, komm, komm. Ja, schöne Runde. Richtig gut. Zweimal im Crossbow getötet. Sehr geil. Die Map ist dafür auch gut. Sniper Rifle auch und so. Ja.